Kennt ihr eigentlich euren ökologischen Fußabdruck? Im Internet gibt es zahlreiche Tools, mit denen ihr ausrechnen könnt, wie viele Erden es bräuchte, wenn jeder Mensch so viele Ressourcen verbrauchen würde wie ihr. Dazu müsst ihr Fragen zu eurem Essverhalten oder eurer Wohnsituation beantworten und angeben, wie viel Müll ihr verbraucht oder mit welchen Transportmitteln ihr fahrt. Am Ende gibt euch der Rechner die Höhe eures persönlichen ökologischen Fußabdrucks an. Dazu gibt es meist noch Tipps, wie ihr ihn verringern könnt. Der durchschnittliche Deutsche hat einen Fußabdruck von 3,2 Erden. Doch woher kommt das Rechnen mit den Erden? Wir reisen zurück in das Jahr 1994. Der Student Mathis Wackernagel wollte auf die Ressourcenverschwendung der Menschheit aufmerksam machen. Er erfand den Fußabdruck, um Staaten miteinander zu vergleichen. Knapp zehn Jahre später veröffentlichte der Ölkonzern BP den ersten Rechner, mit dem jeder seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck messen kann. Das Ganze war Teil einer großen Werbekampagne. Hatte BP also das gleiche Ziel wie Student Wackernagel? Er und eine Forscherin der University of Brighton sagen nein. Sie sehen in der Kampagne vor allem den Versuch, die Verantwortung für den Klimaschutz dem Individuum zuzuschieben. Notwendige politische Maßnahmen seien auch deswegen zu spät auf den Weg gebracht worden. Natürlich kann jeder Einzelne etwas für den Klimaschutz tun. Wissenschaftler sind sich aber einig, für die notwendigen Maßnahmen braucht es politische Vorgaben. Jeder Mensch ist an das Energie- und Infrastruktursystem angebunden, hat also unabhängig von seinem eigenen Verhalten einen bestimmten Mindestverbrauch. Ein veganer Student ohne Auto, der minimalistisch in einer kleinen Studentenwohnung wohnt, hat trotzdem einen ökologischen Fußabdruck von etwa 2,2 Erden. Trotzdem ist der ökologische Fußabdruck eine Erfolgsgeschichte. Denn es gibt kaum ein einfacheres Konzept, um auf den Ressourcenverbrauch der Menschheit aufmerksam zu machen. Selbst Grundschulkinder verstehen so die Grundlagen des Klimaschutzes.